Jetzt ist die Zeit Botschaften des Himmels an die geliebte Shelley Anna am 26. Februar 2023 Eine Botschaft vom heiligen Erzenne Michael Während die Federn der Flügel mich überschatten, höre ich den heiligen Erzenne Michael sagen Geliebtes Volk Christi Jetzt ist die Zeit Nehmt Zuflucht zum heiligsten Herzen unseres Herrn und Erlösers, Jesus Christus Erkennt eure Schutzängel an, die auf Gottes Geheiß bereit sind, euch zu verteidigen und euch in sichere Häfen zu führen Das Reich des Antichristen wird aus der Asche dieser Welt errichtet werden, die jetzt in einen Weltkrieg eintritt Verkündungen des Friedens werden vom Antichristen verkündet werden, dessen betrügerische Lügen als Wahrheit akzeptiert werden Inmitten von Chaos und Verwirrung werden viele durch ein Zeichen der Verdammnis besänftigt, das unter dem Anschein von Bequemlichkeit und Notwendigkeit für die Dinge dieser Welt präsentiert wird, die den Tod für die Seele bringen Das Volk Gottes Ihr müsst eure Gedanken verborgen und geschützt halten, indem ihr euren Geist durch die Heilige Schrift und das tägliche Gebet erneuert Betet den Rosenkranz des Lichtes der Gottesmutter, der die Dunkelheit, die euch umgibt, erhält Mit meinem gezogenen Schwert stehe ich mit Scharen von Engeln bereit, um euch vor der Bosheit und den Fallen des Teufels zu schützen, dessen Tage nur noch wenige sind So spricht euer wachsamer Beschützer Eine Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, Elohim sagt Bevor sich der Himmel öffnet, wird ein rotes Leuchten mein Zeichen zeigen Die Zeit wird stillstehen, während Momente der Barmherzigkeit den reuigen Seelen zuteil werden Dies wird die Zeit des kleinen Gerichts sein, das alle erleben werden So spricht der Herr